Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und ihr seht es schon wieder gut, wir machen heute die nächste FIFA 19 Team Rating Prediction heute zum FC Chelsea die in der letzten Saison eher, naja, unter den Erwartungen geblieben sind. Nachdem sie ja Meister waren, konnten sie den Titel nicht verteidigen und sind am Ende dann auf Platz 5 abgestürzt. Ist halt echt keine gute Leistung für sie, von daher wird es hier in der Folge auch einige Downgrades ergeben. Trotzdem gibt es einige interessante Karten, die man natürlich besprechen muss. Kommen wir da zunächst einmal zum Neuzugang Nr. 1 gleich in dieser Episode und zwar Kepa Ariza Balaga, wenn man ihn dann wirklich so ausspricht, wie man ihn auch schreibt. Der ist auf jeden Fall neu gekommen von Athletic Bilbao, weil nämlich Fibu Kujua ja zu Real Madrid gewechselt ist. Kam auf jeden Fall irgendwie überraschend, hätte ich echt nicht gedacht, dass das so passieren wird. Ist dann aber so gekommen und dann haben sie sich natürlich Ariza Balaga verpflichtet als Nr. 1, denn mit Kaballero im Tor kann man, denke ich mal, nicht so die Saison auf dem Niveau überstehen. Wie dem auch sei, hat man ja auch bei der WM zum Beispiel gesehen, bei Argentinien. Ist ja auch egal. Ariza Balaga kam, wie gesagt, von Athletic Bilbao, hat dort auch eine gute Saison gespielt auf jeden Fall und eben auch wegen dem Wechsel habe ich ihn nochmal geupgradet, eben um plus 4, wenn ich mich nicht irre. Der hatte ja, glaube ich, ein 80er Rating gehabt in der letzten Saison. Muss ich gerade nochmal nachgucken. Der wurde ja mit Doppel-R geschrieben sogar. Verdammte Scheiße. 81 hat er sogar gehabt. Also wurde er nur um plus 3 geupgradet. Was heißt nur? Trotzdem um plus 3 von mir hier geupgradet. Auf der Gamescom hat er eine 83 gehabt. Ich habe mir jetzt mal auch eine 84 gepackt. Ich denke, das könnte passieren. Vielleicht bleibt er auch auf einer 83. Hat auf jeden Fall interessante Werte mit 85 Hechten, 85 Flexe, 82 Fangen-Sicherheit, 82 Positioning und 75 Abschlag. Sieht das auf jeden Fall relativ stark aus für das Rating sogar. Und ich würde sagen, das wird auf jeden Fall eine richtig interessante Keeper-Karte. Ob nun 83 oder 84, würde jetzt nicht ganz so teuer, höchstwahrscheinlich nicht, wie Courtois. Und könnte trotzdem ein starker Keeper sein. Auch zum Verlinken als Spanier, denke ich mal, interessant. Daneben Willi Caballero, wie gesagt, zweiter Keeper bei Chelsea. Außerdem keine gute WM gespielt. In dem einen Spiel, ich weiß gerade nicht, war es gegen Kroatien? Ich glaube, es war gegen Kroatien, wo er den einen Bock da zum Beispiel rausgehauen hat. Und das war echt nicht gut. Von daher hier nochmal um minus 2 gedowngradet. Wird halt auch nicht älter. Wird halt auch nicht jünger, natürlich. Und deswegen auch, wie gesagt, gedowngradet um eben minus 2. Daneben haben wir den guten Herrn Green. Der kam ja, glaube ich, von, genau, Hardest Field. Wurde auch nochmal gedowngradet. Ist halt auch schon ein älterer Keeper. Und eigentlich war nur als wirkliche Notfalllösung nochmal gekommen. Minus 1. Ja, ist jetzt auch nicht so interessant, würde ich sagen. Kommen wir dann nun zur ersten Verteidigerseite. Und da haben wir zunächst einmal den guten Marcos Alonso. Der von mir auf dem gleichen Rating stagniert bleibt. Der auch von mir auf dem gleichen Rating bleibt, auf jeden Fall. Den habe ich nicht gehabt oder gedowngradet. Hat im Winter ein kleines Upgrade bekommen. Eben auf die 82. Und ich denke, das ist okay. Hat eine solide Saison gespielt für Chelsea. Und ich denke, der bleibt auf eine 82. Daneben haben wir noch Cesar Azpilicueta. Der ebenfalls im Winter geupgradet wurde. Von 85 auf 86. Und ich denke, auch das ist in Ordnung. Der wird, denke ich mal, bleiben auf diesem Rating. Sieht nach einer starken Infanteilkarte aus. Das einzige Manko, was er hat, er ist halt nicht der Größte. Weswegen, naja, er wenigstens noch ein bisschen Pace hat. Was nochmal so ein bisschen ausgleich. Trotzdem, die Größte als Innenverteidiger immer nicht zu unterschätzen. Und daneben haben wir ein echt krasses Downgrade. Was richtig krank ist. Um minus 3 wird David Luiz hier geupgradet. Der hat die letzten Jahre ganz schön abgebaut. Oder auf jeden Fall im letzten Jahr hat er ganz schön abgebaut. Und deswegen hier auch das minus 3 Downgrade erhalten. Wird höchstwahrscheinlich so kommen. Hat auf der Gamescom das gleiche Rating. Und es sieht echt nach einem kranken Downgrade aus, Leute. Auch die Werte sehen echt nicht mehr so stark aus. Ist aber immer noch einigermaßen schnell. Trotzdem, ja, die anderen Werte sind halt echt runtergegangen, Leute. Das sieht echt traurig aus. Immer noch das einzige Positive, was man dadurch nehmen kann, ist, damit er dann natürlich billiger wird. Das sollte klar sein. Könnte man sich vielleicht eher leisten als im letzten Jahr. Von daher muss man gucken, wie er sich denn spielen lässt. Sieht immer noch eine solide Karte für das Rating aus. Trotzdem, wenn man sich die Werte mit denen von letztem Jahr anguckt, ist das schon echt bitter. Daneben haben wir Viktor Moses, der auch eine starke Saison gespielt hat für die Blues. Und auch eine gute WM, also solide WM gespielt hat mit Nigeria. Das eine Spiel war auf jeden Fall richtig stark, hatte ich in Erinnerung. Und ansonsten, die Saison war auch solide. Trotzdem reicht es hier nicht für einen Upgrade und ich denke, das ist auch okay. Wie gesagt, die gesamte Saison war im Endeffekt unter den Erwartungen der Blues aus Chelsea oder von Chelsea aus London im Endeffekt. Von daher denke ich mal, ist es okay, dass man da auch nicht ab- oder downgradet. Auf der nächsten Seite haben wir den guten Herrn Emerson, der kam vom AS Rom. Und ja, ich denke, das ist auch okay. Ich weiß gar nicht, ob der ausgeliehen war oder nicht. Aber auf jeden Fall hat er jetzt auch nicht so eine große Rolle da gespielt. Bzw. auch nicht so viele Spiele da gemacht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich gucke gerade nochmal nach. Aber ansonsten, wie gesagt, bleibt er hier auf dem gleichen Rating. Der hat in der letzten Saison ein Spiel gemacht für Rom. Ist halt nicht so dolle. Weiß gerade nicht, ob er verletzt war oder nicht. Das habe ich gerade wirklich nicht im Kopf. Allerdings, wie gesagt, bleibt er hier auf dem gleichen Rating. Hatte er auch in der Gamescom-Variante, weswegen ich das hier übernommen habe. In der letzten Saison hat er nicht groß gespielt. Wie gesagt, beim AS Rom war er ausgeliehen. War da am Anfang eine Weile lang verletzt mit einem Kreuzbandriss und dann am Ende ohne Einsatz im Kader. Ja, da machst du dann halt nichts. Also ist halt bitter. Und deswegen bleibt er hier auch auf dem gleichen Rating mit einer 76. Könnte man natürlich auch noch über ein Daumenwert auf 75 oder so nachdenken. Aber ich habe es übernommen, weil es auf der Gamescom eben so war. Daneben haben wir dann noch Andreas Christensen, der ja kam von oder zurückkam von Gladbach in der letzten Saison. Auch eine gute Saison gespielt hat, da für die Blues im Endeffekt und auf dem gleichen Rating hier stagnieren wird, wie er es auch im Winter bekommen hat. Er hat ja auch im Winter ein Upgrade bekommen auf 82 von 81. Und ich denke, das ist auch okay. Da wird er, denke ich mal, auch bleiben. Sieht nach einer starken Endverteidigerkarte aus. Ehm, auch weil er so einigermaßen schnell ist und trotzdem sehr groß ist auch noch. Daneben haben wir noch Antonio Rüdiger, der ein kleines Downgrade von mir bekommen hat. Um Minus 1 war jetzt keine kranke Saison. Und deswegen könnte man da, denke ich mal, auch über ein Downgrade nachdenken. Oder ist, denke ich mal, auch angemessen. Hat er, wie gesagt, auch schon auf der Gamescom. Und deswegen ein Minus 1 Downgrade ist es okay, denke ich mal. Genau, daneben haben wir noch Zappa Koster, der von mir das gleiche Rating bekommen hat. Glaube ich, nee, hat er nicht. Oder? Ja, doch, er hat das gleiche Rating von mir bekommen. Hab gerade nur ihn übersehen gehabt. Wie dem auch sei, er hat das gleiche Rating von mir bekommen. Ist, denke ich mal, auch okay. Hat ein paar Spiele gemacht. War jetzt nicht allzu krass. Und, ja, er war, ja, wie gesagt, er hat solide gespielt im Endeffekt in der Saison. Hat auch eine ordentliche Anzahl an Spielen gemacht. 22 ist auf jeden Fall okay. Von daher, denke ich mal, bleibt das Rating hier auch gleich. Auf der nächsten Seite haben wir auch ein richtig krasses Downgrade, wenn man sich den Verlauf der letzten Jahre ansieht. Auch was das Pace angeht. Mittlerweile Gary Cahill nur noch auf eine 81. Minus 3 wurde jetzt hier gedowngradet im Vergleich zum letzten Jahr. Ist, denke ich mal, nachvollziehbar. Außerdem, das Pace ist jetzt schon um Minus 4 runtergegangen. Wenn ich überlege, vor ein paar Jahren war er immer so schnell. Mittlerweile halt nur noch 59. Und die Karte sieht jetzt echt nicht mehr brauchbar aus. Leider Gottes eben wegen dem Pace. Ja, kann man halt leider nichts mehr dran ändern. Dann nehmen wir noch zwei jüngere Spieler. Der eine ist der gute Herr Hector, der in der letzten Saison ausgeliehen war. Ähm, wo war der ausgeliehen? Ich hab das gerade nicht mehr im Kopf. Der war auf jeden Fall ausgeliehen. Und, ja, hat da okay gespielt. War, glaube ich, allerdings in der 2. Liga oder so unterwegs. Von daher wird das Rating, denke ich mal, hier gleich bleiben. Genau, bei Hull City war er unterwegs. Von daher wird das Rating, denke ich mal, gleich bleiben. Und daneben noch Ampadu. Das ist ein jüngerer Spieler, der ein 63er Rating hier von mir bekommen hat. Ist, denke ich mal, auch okay. Hatte im letzten Jahr keine Karte. Kann man, denke ich mal, so machen. Daneben haben wir dann im Mittelfeld zunächst einmal natürlich den Starspieler von Chelsea, wenn man es so will. Der daneben ist natürlich auch noch ein wichtiger Spieler. Allerdings Hazard vom Rating her der höchst bewertetste. Und ich denke, die 91 passt auch ganz gut. Hat er im letzten Jahr schon gehabt. Und ich denke, das sollte auch in diesem Jahr so bleiben. Sollte, denke ich mal, passen. Hazard. Ein starker Spieler auf jeden Fall. Und ich denke, die 91 dafür auf jeden Fall gerechtfertigt. Auf der nächsten Kartenposition dieser Seite haben wir den guten N'Golo Conte, der eine richtig starke Saison wieder mal gespielt hat. Hatte er bis jetzt fast jedes Jahr immer abgeliefert. Ein Team of the Season hat er dieses Jahr zwar nicht bekommen. Allerdings ein Team of the Year hat er bekommen. Ein paar WM-Karten hat er bekommen, weil er bei der WM auch wirklich stark war. Noch unter anderem. Und halt auch in der Saison hat er stark gespielt für Chelsea. Vielleicht nicht so ganz so vergleichbar wie in den letzten Jahren. Aber trotzdem immer noch eine Bank da im Mittelfeld. Und deswegen auch ein Upgrade eben zum Plus 1 auf eine 89 für mich angebracht. Ist ein richtig starker Spieler. Und eine 89, denke ich mal, ist hier auch angebracht, wie gesagt. Daneben haben wir einen Neuzugang von dem SSC Neapel. Und zwar der gute Herr Jorginho hat eine starke Saison für Neapel gespielt. Wechselt jetzt in die Premier League zum FC Chelsea, wie gesagt. Und wird, denke ich mal, auf eine 84 geupgradet werden. Sieht nach einer richtig geilen Karte dann aus. Mit richtig nice Werten auch am Start. Er hat einen Allrounder vor dem Herrn mit richtig starken Stats. Wie gesagt, auch für das Rating geht es auf jeden Fall klar. Und dann nehmen wir noch den guten Herrn William, der, denke ich mal, auch auf dem gleichen Rating stagnieren wird. Ich denke, das ist okay. Hat jetzt eine gute Saison gespielt. War jetzt auch nicht zu krass. Wie gesagt, Chelsea an sich unter den Erwartungen geblieben. Von daher, denke ich mal, kann man damit leben. Auf der nächsten Seite haben wir den Rückkehrer von Crystal Palace. War ja, glaube ich, dahin ausgeliehen. Und zwar Loftis Cheek. Der bekommt jetzt hier von mir das gleiche Rating nicht wie im letzten Jahr. Ich glaube, ein kleines Upgrade hat er noch mal bekommen. Hier ein Plus 2, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder ein Plus 1. Na Leute, ich kann gerade hier nicht auf meinen Taster zutippen. Was ist da los? Ein kleines Upgrade, sogar ein Plus 3. Ich hatte gerade im Kopf, dass der einen 75er hatte. Aber okay, gut. Er hatte nur eine 74er Karte. Jetzt hier eine 77er Karte. Hat Liede gespielt bei Crystal Palace. Halt auf dem linken Mittelfeldposten. Und ich denke, dafür kann man ihm dann auch ein kleines Upgrade geben. Eben auf 77 ist, denke ich mal, angebracht. Wir nehmen ein schönes Downgrade für Chess Fabregas. Der ist halt auch schon relativ alt mittlerweile. Hat nicht so krass gespielt im letzten Jahr. Und deswegen auch von mir um minus 2 gedowngradet worden. Wie gesagt, er wird halt nicht jünger. Und deswegen auch das kleine Downgrade um minus 2. Daneben haben wir dann einen weiteren richtig krassen Neuzugang. Der ja auch im Endeffekt im gleichen Atemzug wie Couture gegangen ist, kam er halt. Ich weiß nicht, ob es direkt ein Tausch war mit ein bisschen Kohle noch. Allerdings kam auf jeden Fall Matteo Kovacic zum FC Chelsea. Und der hat von mir, glaube ich, das gleiche Rating bekommen wie in der letzten Saison. Ich bin mir da echt nicht sicher. Weil der bei der Gamescom weder im Chelsea-Kader noch im Real-Madrid-Kader zu finden war. In den Videos, die ich mir angeguckt habe. Von daher bin ich mir da echt nicht sicher. Ich denke aber, dass das gleiche Rating okay sein wird. Hat jetzt einige Spiele gemacht für Real in der letzten Saison. War solide. Und ich denke, der wird auf dem gleichen Rating bleiben. Sieht dann auf einer starken Karte aus. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall so machen. Und ja, kommen wir dann nun zu Pedro. Ich hatte ihn ja, glaube ich, noch nicht. Ich habe gerade kurz einen Cut gesetzt. Genau. Pedro, ein kleines Downgrade hier bekommen von mir um minus zwei. Ich denke, das ist auch okay. War jetzt in der letzten Saison auch nicht allzu krass unterwegs. Hat jetzt auch nicht so viele Spiele gemacht. Im Vergleich zu zum Beispiel William. Von daher denke ich mal, geht das kleine Downgrade hier um minus zwei. Klar, hat in der letzten Saison sogar 31 Spiele gemacht. Allerdings, wie gesagt, vier Tore und zwei Vorlagen sind jetzt auch nicht die Welt, wenn man ehrlich ist. Für einen Flügelspieler ist das schon relativ, ja, wenig in dem Sinne. Von daher denke ich mal, geht das auch in Ordnung, dass man hier ihn um minus zwei downgradet und im Endeffekt das Rating anpasst. Im Vergleich zu William ist er halt doch schon ein bisschen schlechter in dem Sinne. Kommen wir dann nun zur letzten Mittelfeldspielerseite. Nicht, sondern zur vorletzten Mittelfeldspielerseite. Da haben wir zunächst einmal Ross Barclay, der im Winter kam, vom FC Everton. Und dann auch ein bisschen unter den Erwartungen geblieben ist im Endeffekt. Kleines Downgrade hier bekommen, um minus zwei. Das denke ich mal, okay. Und dann nehmen wir dann noch Danny Drinkwater, der von mir das gleiche Rating bekommen hat, wie im letzten Jahr. Ansonsten noch der Neuzugang, Marc. Was ist da Marc mit Vornamen? Marc Ho. Marc Ho von Gienkelle. Der ist gekommen im Winter von PSW Eindhoven. Und hat ein kleines Upgrade von mir bekommen, um minus eins. Ich denke, auf das gleiche Rating wie Drinkwater und Barclay ihn zu packen, ist dann auf jeden Fall okay. Dann nehmen wir noch Charlie Musonda. Der war ausgeliehen an Celtic. Hat jetzt aber auch nicht allzu krass gespielt. Weswegen er auch auf dem gleichen Rating stagnieren wird, wie ich denke, wie ich finde. Ich weiß auch nicht, ob er noch im nächsten Jahr Fivester Skills haben wird. Wenn, dann sieht er auf jeden Fall wieder interessant aus. Für ein Cheap Team, für ein Starter Team. Auch mit den Fivester Skills, wie gesagt. Allerdings ansonsten, ja, ist halt eine Low-Rated-Flügelspielerkarte, wo man auch bessere Alternativen sicherlich findet. Ansonsten kommen wir dann nun zur letzten Winterfelspielerseite. Der war, haben wir nochmal einen ehemaligen Frankfurter, und zwar Lukas Piazon. Der jetzt auch nicht allzu krass unterwegs ist, sind wir ehrlich. Von daher würde ich sagen, haben wir den schnell ab. Kleines Downgrade bekommen. Und minus zwei war ausgeliehen, glaube ich, an Fulham. War der in Fulham ausgeliehen? Der war auf jeden Fall ausgeliehen an eine Zweitligamannschaft, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, genau, Fulham hat jetzt auch nicht allzu krass gespielt, weswegen er hier das 72er Downgrade bekommen hat. Kommen wir dann nun zur letzten Seite. Und da haben wir nochmal die drei Stürmer der Blues. Und da haben wir zunächst nochmal Alvaro Morata, der in der letzten Saison auch stark unter den Erwartungen geblieben ist. War ja nicht mal mit bei der WM und dabei. Von daher, ja, heißt das schon einiges. Außerdem spannt ihn ja sowieso eh da auch relativ früh ausgeschieden. Und er war, wie gesagt, nicht mal im WM-Kader mit dabei. Was schon relativ traurig ist. Ansonsten in der Saison 31 Spiele gemacht, 11 Tore, 6 Vorlagen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Allerdings, wie gesagt, trotzdem irgendwie unter den Erwartungen geblieben. Auch aufgrund der fehlenden Nominierung zum Beispiel zur Weltmeisterschaft zum Kader. Hat zwar im Winter ein Upgrade auf 85 bekommen. Wird da, denke ich mal, auf 83 gedowngradet werden wieder. An sich stellt sie an sich ja unter den Erwartungen geblieben der letzten Saison. Dann nehmen wir wieder noch den Winterneuzugang von FC Arsenal. Und zwar Olivier Giroud. Der von mir das gleiche Rating bekommen hat. Hat auch bei der WM nur gute Leistungen gezeigt. Bei Chelsea war es okay. Und ansonsten würde ich sagen, kann man da auf jeden Fall von einem gleichen Rating sprechen. Ich denke, das ist okay. Wie gesagt, die WM war ganz gut. Gut, die Saison dann eher ein bisschen weniger. Auch wenn die WM jetzt nicht allzu krass war, natürlich. Darf man auch nicht vergessen. Trotzdem war es okay. Und die Saison dann ein bisschen schlechter noch. Ansonsten, denke ich mal, ist das gleiche Rating okay. Dann nehmen wir wieder noch einen Neuzugang von Swansea. Und zwar der gute Herr Abraham oder Abraham. Keine Ahnung, ob man das da so englisch ausspricht oder nicht. Ich denke mal eher wahrscheinlich Abraham dann. Und der ein kleines Upgrade bekommen hat. Und plus 1 ist halt auch noch ein jüngerer Spieler. Und da halt ein kleines Upgrade zu geben, ist denke ich mal okay. Auf 74 hat solide Werte mit 82 Tempo, 72 Schuss und 71 Füßes. 69 Dribbling, das geht für eine 74er Karte voll in Ordnung. Ist dann aber auch für Competitive Teams dann eher uninteressant. Ja Leute, ich würde sagen, das war es denn hier von dieser FIFA 19 Team Rating Prediction zum FC Chelsea. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung nochmal in den Kommentaren da. Wie ihr denkt, dass ich die Spieler bewertet habe. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Prediction wieder. Bis dann, haut rein und ciao.